Was geht ab, Manusif, Alter? Osaru hier. Und heute sind wir im japanischen Dokkan-Battle unterwegs, denn... Ihr seht es richtig, ich hab tatsächlich Rosé gezogen, zu Neujahr. Ähm, ich hab kein Video dazu gemacht, das war nur ein Multisum, aber ich hab es aufgenommen und auf Twitter gepostet. Ich werd den Link in die Beschreibung setzen, könnt ihr euch gerne angucken. Heute gibt es daher das Showcase zum neuen Strength Super Saint Rosé Goku Black. Wir schauen uns erstmal ganz kurz an. Ich hab ihn so weit gebracht, wie es geht im Hidden Potential System. Ich hab keinen Dupe oder so. Heißt, wir haben mit Level 5er Crit und 2000 auf jeden Stat. Leader Skill schauen wir uns gleich etwas genauer an. Denn da müsst ihr ein, zwei Sachen auf jeden Fall beachten. Im Gegenzug zum Eget Rosé. Da ist ein bisschen was anders, aber wie gesagt, das schauen wir uns gleich an. Also, Super Tech, er macht Immense Damage und erhöht Extreme Types, also Villains. Verbündete Villains, dessen Angriff um 30% für eine Runde. Er bekommt durch seine Passive, Passive, 120% auf den Angriff, gibt Extreme Types weiterhin Key Plus 3, aber zusätzlich noch 50% auf die Verteidigung und senkt den Angriff und die Verteidigung um 20% von Super Type Enemies, also Heroes, Gegnerischen Heroes. Link Skill, er hat Super Saiyan, Big Bad Bosses, Dismal Future, Prepared for Battle, Nightmare, Fear and Fate und Fierce Battle. Ähm, etwas anzumerken, und ja klar, er ist in der Kategorie Realm of Gods und Potara. Und etwas anzumerken ist hier, er und Vegetto Blue, der Neue, sind die einzigen Transcendent Altruare Charaktere, die einen Multiplayer auf ihrer Ulti haben von 160%. Das ist der höchste momentan für die Transcendent Altruare Versionen. Also, die Jungs machen echt Schaden, und zumal Goku Black an sich Rosé, ich hab dir alles vorgelesen, er ist einer der komplettesten Charaktere. Er gibt, er ist ein Supporter quasi, ja, durch die Ulti gibt er 30% auf den Extreme Type, er gibt durch die Passive Key Plus 3 für Extreme Types, auf 50% auf die Verteidigung für Extreme Types, Er gibt sich selbst einen Angriff Boost, 120%, er senkt von Heroes den Angriff und die Verteidigung, ich mein, what? Angriff Boost, Death Boost, Key Boost, Senkt, Debuffs, kompletter Gitterchar gar nicht, ja, das ist brutal, deswegen freue ich mich übertrieben auf seinen, ähm, Showcase demnächst, beziehungsweise gleich. Aber schauen wir uns sein Team an, denn eines ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wir wissen ganz, der Rosé ist der Willens Leader, aber im Gegenzug zum Guilty Rosé ist das ein bisschen anders. Denn euer Team muss jeden Typus im Team haben, heißt, es muss sich um ein Rainbow Team handeln, dies wiederum heißt, es muss so ein Team aussehen, quasi wie hier. Ihr braucht einen Strength Type, das ist in dem Fall Rosé, ihr braucht einen Agility Type, Margin Vegeta, ein Tag Type, das ist der Fusion Samasu hier, ein Physisch Type, Freezer, ein Int Type, Baby Vegeta Und dann logischerweise, äh, wird ein Typus doppelt genommen, weil wir sechs Charakterplätze haben, aber Leute, es ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst jeden Typus einmal im Team haben, ein Rainbow Team haben, damit ihr Key Plus 3 bekommt, damit die Villains Key Plus 3 bekommen Und HP Attack, um der von 120%, zudem noch eine sehr wichtige Anmerkung, eure Charaktere müssen alle Z-Awake sein, sie müssen den Extreme Typus vor ihrem eigentlichen Typus haben. Was heißt das? Schauen wir uns zum Beispiel Baby Vegeta an. Baby Vegeta ist Z-Awake, er ist auf U-R, und deswegen steht hier dran, er ist Extreme in Type. Heißt, wenn ich hergehen würde, und für Baby Vegeta, diesen Golden Freezer hier reintun würde, Golden Freezer ist nur Int-Type, das seht ihr hier, er ist nur vom Int-Type, weil wir ihn nicht Z-Awake haben. Wenn ein Charakter einmal Z-Awake, heißt von, seine Rarität erhöht, dann kommt der Zusatz Extreme bei Villains oder Super Wild Heroes dazu, und das ist eben ganz wichtig, wenn wir jetzt hier Freezer haben, würde unser Link-Skill sich nicht aktivieren. Wir haben zwar ein Rainbow Team, aber einer in der Truppe, einer im Team, ist kein Extreme-Charakter, sondern nur ein Int-Charakter. Er ist zwar ein Villains, aber er ist nicht Z-Awake, deswegen hat er den Zusatz Extreme nicht, und deswegen müssen wir einen erweckten Int-Type nehmen. Der Beste von mir wäre Baby Vegeta, deswegen ist er im Team. Und so funktioniert dann der Leader-Skill, wir haben ein Rainbow Team, alle sind Z-Awake, alle sind Extreme-Types, ja, und wir bekommen daher Key plus 3 auf jeden Fall 120%. Okay, soviel zum Charakter selbst, soviel zum Team selbst. Ich würde sagen, wir schauen uns kurz mal Rosé im Kampf an, triggern den seinen Link-Skill und gucken, wie macht er den meisten Schaden unter den besten Voraussetzungen. Bis gleich. Alles klar, also außen vorweg haben wir natürlich seinen Leader-Skill getriggert, heißt, das ist das höchste, was man bei ihm gehen kann, zweimal 120% in seinem eigenen Team quasi, oder Protara oder Realm of Gods. Anyways, dann haben wir ganz klar seine Passive getriggert, also ja, 120% Angriff-Boost, ja, Death-Boost, ist halt für den Schaden irrelevant, sagen wir es so, und Key-Boost auch. Aber, äh, was relevant ist, ist Super-Type-Enemies, also Krillin, da seht ihr schon sein Debuff, Angriff und Verteidigung ist um 20% gesenkt. Jeder Link-Skill von Rosé ist aktiviert, Super-Sane durch den Vegeta, den wir hier sehen, und alles andere, was Schaden gibt, also Nightmare. Big Bad Boss auch getriggert, ähm, und Fierce Battle durch Samasso. So, jetzt schauen wir mal seinen Schaden an, heißt, jeder Link-Skill ist quasi jetzt bei ihm wirklich getriggert, jetzt bin ich auf seinen Schaden gespannt, ich bin wirklich auf seinen Schaden gespannt, und man an, wie das Ganze läuft, und zwar, Super-Sane-Rosé, alles getriggert, jeder Link-Skill, jeder Passive-Skill, seine Debuffs, und, 2,3 Millionen ist sein reiner Schaden, Leute, 2,3 Millionen ist dieser Schaden, den wir sehen, in dem alles bei ihm getriggert ist, ja, jeder Passive-Skill, jeder Link-Skill, jeder Buff, jeder Debuff auf den Gegner, insane. 2,3 Millionen reiner Schaden, haha, nicht schlecht. Jetzt nehmen wir mal sein Team, und gehen damit mal in ein Docker-Event, nämlich in das von dem neuen Blue-Veghetto, bis gleich. Ja, GG, da wollte ich kurz das Team showcasen und euch zeigen, und dann verwandelt sich unser Baby-Veghetto in Osaru, haha, aber macht nichts, ja, da wir selbst Osaru sind, ähm, lassen wir mal die zwei Runden hier auslaufen mit dem Osaru, ähm, und ich komme aufs Team sprechen. Das ist quasi das Team, was ihr vorhin gesehen habt, wir haben drin Rosé als Leader, Fusion Samas, unser Tag-Type, Er gilt ja, haben wir Androids und Margin-Veghetto, Physisch-Freezer, und als Ind, ja, unser Baby-Veghetto. Warum habe ich Freezer drinnen, statt Goku Black? Weil in JP, Goku Black keine Key gibt durch seine Passive, ja, in Global hat Goku Black damals einen Buff bekommen. Goku Black hat zusätzlich, im Unterschied zum japanischen Dokkan-Battle, z.B. im japanischen Dokkan-Battle, gibt er zusätzlich im Global noch Key plus 3 für Extreme-Types. Da er das nicht gibt, und ich zwei L'er habe, die wirklich kaum Key bekommen, habe ich Freezer reingetan, weil Freezer over in der Flash für Margin-Veghetto gibt, und das sind Key plus 3. So sieht deswegen mein Team aus. Okay, er steht drei Runden durch, lassen wir das mal hier nebenbei einfach laufen. Ähm, und, ja, quasi, muss man ja auch von jedem Typus, äh, einen Charakter haben, wie angesprochen, damit er Liederskil sich triggert. Und, ja, deswegen sieht mein Team quasi so aus, das sind so die besten Villains, die ich habe für jeden Typus. Anyways, dann gucken wir mal, ob unser Golden Osaru hier, ja, er will ihn wahrscheinlich allein rausnehmen. Osaru! Jetzt er landet er sich zurück, okay, und das wird auch nicht mehr triggern im Kampf. Und wir haben schon wirklich eine sehr gute Runde mit Rosé. Rosé wird ganz interessant sein, weil er ist einer der Charaktere, äh, der vermehrt Schaden gegen Vegetto Blue macht. Und da bin ich wirklich gespannt, was, was wir triggern können, zumal die Ulti insane aussieht. Mit der Sensei, mit den Kagebun-Shin. An sich, Rosé, wirklich, einer der komplettesten Charaktere in Dokkan-Battlen jemals erschienen ist, Leute. Er hat wirklich alles, wir haben es gesehen. Er hat wirklich alles, und hier werden wir dann noch einen Aspekt sehen, äh, in dem er quasi den Rest des Teams supportet. Und da fängt es schon mal gut an. Wir haben Deathboost, ja, Keyboost für unsere Androids. Androids habe ich für ihre LR, natürlich LR Margin und Androids. Margin Vegetto, wow, sogar seine zweite Ulti gestartet, nicht schlecht. Beide Charaktere, okay. Gut, Vegetto greift uns an, aber er wird nicht so viel Schaden machen, weil wir den Typenvorteil haben. Und wir sind der Charakter, Rosé, der mehr Schaden gegen ihn mag, der mehr tankt, und so weiter und so fort. Der seine Passive annulliert. Zeug mit der Sensei. Oh Gott, 2,1 Millionen Crits, da lässt er die Androids gar nicht spielen. Er sagt, ey, ist mir egal, ich mache die ganze Sache. Ich regle das. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gut, wer hat den meisten Death, Rosé selbst? Also, wie ich mal so sage, ja, okay, der macht, schenkt sich nichts. Denn, ja, schenkt sich nichts, ja, auf jeden Fall. Also, Fusion Zamasu ist echt gut in dem Team. Ganz klar, allerdings ist er sehr gut mit Rosé. Jeden Linkskill, außer Super Saiyan. Super Saiyan hat Fusion Zamasu ganz klar nicht. Deswegen, in den Windsteam ist es auch schwer, einen Super Saiyan mit reinzunehmen. Der Vegeta von vorhin war Extreme-Type, aber wenn ihr den Lux habt, Majin Vegeta habt, quasi, dann könnt ihr ganz klar Majin Vegeta reinnehmen. Andere Extreme Super Saiyan fallen mir so spontan. Ah doch, Trunks, Trunks GT, der Farmbare zum Beispiel, gibt bestimmt noch ein oder zwei weitere. Genau. Leute, wie sieht aber euer Team aus? Wie sieht euer Villain- oder Heroes-Team aus mit Vegeta Blue? Könnt ihr mir welche Kommentare wissen lassen oder Screenshot raushauen auf Twitter oder Discord. Denn mit diesen Teams, mit dem Niederskill, kann man so vieles machen. Da kann man so vieles machen und das ist das Geile. Das ist eben ganz klar das Geile an diesem Team. Vor allem finde ich sehr, sehr gut die Einbeschränkung, dass ein Rainbow-Team handeln muss. Sonst wäre das wirklich Outer Control. Sonst hätte man wirklich jeden besten, geilen Villain-Charakter reingehauen, wo man bei mir das auch kann, wirklich, wenn man jeden hat. Aber, beispielsweise, wenn man rein, keine Ahnung, zum Beispiel hat der Jose als Leader, hat die reingehauen, Omega-Channel und Kula, den Füßen auf 100%. Dann werden schon drei Füße-Charaktere, die OP sind. Und so hat es nochmal alles so, das ist nochmal ein bisschen geregelter, sagen wir es so. Okay. Selbst gilt für die Heroes auf jeden Fall. Denn was könnte man da nicht machen, ja. Also wirklich, da geht wirklich sehr viel mit den Teams. Aber gut, schauen wir mal, was hier abgeht. Mein Wunsch-Willens-Team, beziehungsweise das wirklich das Maximum-Ausmaß, was man gehen könnte, wäre ganz klar, Jose als Leader und jeden Willens-LR. Wir hätten Rosé als Strength-Type, Margin-Wigilter als Agility, Bojack als Int, Genio als Physisch. Ähm... Ähm... Wer fährt, mir fährt gerade jemand nicht ein, den ich... Ah, Broly als Strength, ganz klar. Ja. Also, gebt euch das Team an, das ist insane. Und dann könnt ihr noch quasi noch ein LR von Extreme-Type, denn jeder Typ ist quasi schon gesetzt, ja. Wir haben... Ja, oder? Agility? Stimmt, Margin, okay. Tech? Tech-Type? Ein Tech-Type LR gibt es. Extreme-Type, ich weiß, mir fällt der gerade noch nicht ein. Lass ich mir kurz die Rotation hier machen, dann überlege ich mir das. Zack, zack, zack. Beziehungsweise, lass mal ganz gut gucken, bevor ich hier mich tot überlege. Ähm... Hm... Oh, was? Wie konnte mir der gerade nicht einfallen, Leute? Das tut mir aber leid. LR, Rosé und Samasso, natürlich. Ja, das ist ja quasi das wirklich Ausmaß des Teams von dem Villains-Team. Wir hätten Rosé als Leader, der Strength-Type. Dann hätten wir LR, Rosé, Samasso, Tech-Type. Er gilt hier mal, Genregeta. Ähm... Dann hätten wir Physisch-Type Ginyu. Okay, er hat japanische Seite physisch in-Type, fehlt uns Bojack und Broly noch rein als Strength-Type. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Team, bitte? Also wer dazu in der Lage ist, Hut ab. Aber Leute, anyways, das wäre zum Showcase zu Rosé. Zu ihm selbst, wir haben gesehen, er kann wirklich sehr gut Schaden auszahlen. Reiner Schaden, mal bei 2,3 Millionen. Maximum Schaden mit, ähm... Soweit es geht, dem Hinpotential-System. Jede Linkste getriggert. Sein Team funktioniert 1A. Ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Subscribet, also abonniert, wenn ihr neu hier seid. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Peace.